Hi, mein Name ist Martin und heute wollen wir uns anschauen, wie wir ein Livestream-Setup aufbauen. Welches Equipment brauchen wir dazu? Welche Software brauchen wir dazu? Was ist zu beachten? Welche No-Gos gibt es? Und wie stellen wir es richtig ein? Schauen wir uns doch zunächst einmal an, woher kommt denn das Bild aus einer Kamera? Aber Kamera ist ja ein weiter Begriff. Also was kann es für eine Kamera sein? Wir haben uns entschieden, dass wir tatsächlich mit Systemkameras arbeiten. Das bedeutet eine DSL-M oder eine DSLR-Kamera. Was ist das denn? Also Kameras, wo man denkt eigentlich, normalerweise schießt man da mit Fotos, die aber heutzutage auch eine recht potente Videofunktion haben. Die andere Art und Weise, die auch oft im Einsatz sind, sind halt klassische Camcorder, die auch einen HDMI-Ausgang haben, die man dann auch direkt an eine Bildmische oder eine Streaming-Software anschließen kann. Warum haben wir uns jetzt für eine Systemkamera entschieden? Zum einen ist es der günstige Preis im Vergleich zu Camcorders. Zum anderen ist es auch die günstigen Objektive und dass ihr auch Wechselobjektive habt. Bei Camcorders ist das Objektiv meist mit eingebaut. Und warum ist das so ein Vorteil, dass man verschiedene Objektive hat? Ihr habt dann verschiedene Brennweiden, ich habe verschiedene Blenden. Zum Beispiel bei der Blende ist es ganz wichtig, dass der Blendenwert möglichst klein ist. Das heißt, ihr könnt sehr, sehr gut mit Schärfe auch arbeiten. Also nicht nur bei Fotos, sondern halt auch bei Videos. Und das zu einem recht schmalen Taler. Normalerweise werden dafür echt große Cinema-Kameras eingesetzt, die auch Cinema-Objektive dafür haben, wo man diese Unschärfe auch erzeugen kann. Aber das kann sich eigentlich kein Mensch heutzutage leisten. Zumindest jetzt in unserem Umfeld nicht. Das bedeutet, wir haben uns einfach eine Systemkamera angeschafft. In diesem Fall ist das jetzt die Canon EOS M6 Mark II. Die kostet als Body, also ohne Objektiv, kostet die so roundabout 800 bis 900 Euro. Aber dafür gibt es auch sehr gute, günstige Objektive. Zum Beispiel von der Marke Sigma. Wir haben jetzt auch mehrere Sigma-Objektive im Einsatz. Zum einen das 30mm Sigma-Objektiv, das ist eine 1.4er Blender. Damit habt ihr zwar keinen Zoom, aber das kriegt ihr für knapp 300 Euro. Und da könnt ihr sehr, sehr schöne Bilder mit dieser Unschärfe auch arbeiten. Und oftmals ist es ja auch so, dass ihr in so einem Gottesdienst-Setup-Konstellation gar nicht so viel Licht zur Verfügung habt. Das heißt, ihr müsstet dann theoretisch, wenn euer Blendenwert nicht so klein ist, müsstet ihr mit einem ISO-Wert hochgehen. Das sind jetzt alles sehr spezifische Fachbegriffe. Das könnt ihr einfach mal googeln. Wenn ihr mit einem ISO-Wert nämlich hochgeht, das ist wie so der digitale Gain. Wenn ihr das ein bisschen übertreibt, dann fängt euer Bild an zu rauschen. Es verliert an Schärfe. Also nicht so gut. Deshalb müsst ihr einfach schauen, dass euer Bild schon durch das Objektiv, dadurch, dass es eine große Blende hat, dass viel Licht in die Kamera reinfallen kann, dass ihr dadurch nicht mit dem ISO-Wert so hochgehen müsst und dadurch ein super scharfes Bild und ein unverrauschtes Bild auch bekommen könnt. Das ist der Grund, warum wir uns dafür entschieden haben. Der Nachteil dabei ist halt eben, dass ihr dann diesen elektronischen Zoom habt. Das habt ihr nur bei Camcorders oder ihr habt ein Objektiv, das vielleicht ein Motor eingebaut hat oder sowas. Funktioniert aber, ich habe es selber ausprobiert, funktioniert jetzt nicht so gut, weil dann müsst ihr wieder richtig teure Objektive kaufen, die sehr leicht gehen in dem Zoom-Bereich. Und dann müsstet ihr so einen kleinen Motor da dran bauen mit so einem Gummiriemen und so weiter und so fort. Auch diese Motorkonstruktion, die kostet auch recht viel Geld, wenn ihr da wirklich was Vernünftiges haben wollt. Deshalb haben wir uns einfach dafür entschieden, dass wir darauf verzichten. Aber ist gar nicht so schlimm. Also Zoom braucht man jetzt nicht unbedingt, um einen guten Livestream zu machen. Dann lieber noch eine zweite Kamera holen, dass ihr auch immer wieder hin und her schalten könnt. Das ist jetzt erstmal allgemein zu den Kamerasetups, welche Kameras denn überhaupt da zum Einsatz kommen können. Wir wollen uns jetzt nochmal anschauen, was muss die Kamera überhaupt können. Weil schlussendlich ist es erstmal egal, welche Kamera ihr benutzt. Ihr müsst nur ein paar Basics beachten. Zum einen müsst ihr euch überlegen, hat die Kamera genügend Akkulaufzeit? Weil gerade bei DSLR oder DSLM Kameras sind die Akkus jetzt nicht so groß ausgelegt für längere Sessions. Da müsst ihr dann vielleicht noch im Vorfeld schauen, gibt es so einen DC-Adapter. Das heißt, könnt ihr die Kamera zum Beispiel auch ans Stromnetz anschließen. Oder könnt ihr, das gibt es auch, müsst ihr halt ein bisschen suchen, ich muss da auch sehr lange suchen. Gibt es solche Adapter dafür, dass ihr größere Akkus drauf bauen könnt und dann mit einem Kabel dann in die Kamera reingehen könnt. Und müsst ihr einfach mal schauen, die Akkulaufzeit jetzt bei unseren Kameras ist tatsächlich vielleicht knapp eine Stunde, Viertel. Das heißt, wir müssen während dem Gottesdienst teilweise auch die Akkus wechseln. Haben jetzt aber auch schon nachbestellt und werden dann gucken, dass wir entweder auf Strom gehen oder auf größere externe Akkus. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der nächste wichtige Punkt ist, und der ist mindestens genauso wichtig, ist, dass ihr einen Clean HDMI-Ausgang habt. Was bedeutet das? Ja, wie der Name schon sagt, das Bild muss frei sein von irgendwelchen Anzeigen. Sprich, wenn eure Kamera, fast jede Kamera eigentlich heutzutage hat eigentlich einen HDMI-Ausgang. Das bedeutet aber nicht gleich, dass dieser HDMI-Ausgang auch für einen Stream funktioniert. Weil es könnte sein, dass ihr auf diesem HDMI-Ausgang dann irgendwelche Zeichen habt, wie das Rekord-Symbol oder wenn der Fokus kommt, dass irgendwelche Quadrate zum Fokussieren angezeigt werden oder eure ISO-Wert oder wie auch immer. Das wollt ihr natürlich nicht mit auf dem Stream-Bild haben. Tatsächlich sind auch neuere Kameras damit noch nicht ausgestattet. Also im Vorfeld auf jeden Fall nachschauen. Wir haben zum Beispiel noch eine 80D von Canon gehabt, die hat es nicht gekonnt. Da mussten wir alles abschalten an Funktionen, aber auch den Autofokus abschalten. Sonst hätten wir immer dieses Autofokus-Zeichen gehabt. Und das ist natürlich ein großer Verlust, den Autofokus nicht mehr zu haben. Also da nochmal genau recherchieren, bevor ihr euch dann wirklich die Kamera auch anschafft. Der dritte wichtige Punkt, meiner Meinung nach, ist jetzt nicht gezwungenermaßen so, dass es unbedingt die Kamera haben muss, aber ist ein Autofokus. Damit ihr euch nicht ständig darauf konzentrieren müsst, nachzufokussieren, wenn der Sprecher oder die Band sich bewegen. Das ist heutzutage auch in den meisten Kameras mit eingebaut und die funktionieren mittlerweile auch echt gut. Auch bei wenig Licht, auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Unbedingt auch darauf achten, dass eure Kamera auch das kann. Und vor allem, dass sie halt auch in Full-HD oder vielleicht sogar in 4K, aber meistens reicht für den Stream eigentlich eine Full-HD-fähige Kamera, dass es auch da funktioniert. Weil es gibt auch viele Systemkameras, die sobald es in den Full-HD-Bereich oder in den 4K-Bereich geht, plötzlich den Autofokus nicht mehr unterstützen oder nur einen schwächeren Autofokus. Manchmal ist es so, dass die Autofokus-Systeme auf den Bild, also auf den Fotobereich ausgelegt sind und da funktionieren und halt eben im Videobereich in den höheren Auflösungen nicht. Also auch da müsst ihr schauen. Ich meine, grundsätzlich könnt ihr euch ja Kameras anschaffen und ausprobieren, ob die das dann auch haben, weil oftmals ist es nicht genau in der Beschreibung rauszulesen oder durchsucht irgendwelche Foren. Oder wenn ihr eh gerade vor einer Kaufentscheidung seid, holt euch einfach die M6 Mark II. Die hat auf jeden Fall diese Funktion, die ihr dafür braucht, einen guten Stream zu starten. Okay, bevor wir uns jetzt das Ganze drumherum uns noch anschauen, will ich euch mal noch ein paar Sachen zu den Kameraeinstellungen sagen. Da gibt es nämlich mehrere Sachen, die ihr dafür beachten müsst. Zum einen habe ich euch schon gesagt, Clean HDMI, das ist ganz wichtig, dass ihr das einstellt. Man kann es jetzt hier vielleicht schon ein bisschen erkennen. Ihr habt unten auf dem Display verschiedene Sachen, die angezeigt werden, wie ISO-Wert und so weiter und so fort. Aber wir haben jetzt hier oben noch einen Bildschirm angeschlossen, der an dem HDMI-Ausgang angeschlossen ist und da seht ihr nichts mehr. Da seht ihr jetzt hier oben noch eine Akkustanzanzeige, dies aber selbst nur von dem Monitor und nicht von der Kamera. Das heißt, das wäre das Signal, das dann auch an den Streaming-PC oder an den Videomischer dann rausgegeben wird. Das wird dann einfach durch den Monitor durchgeschliffen und dann funktioniert das eigentlich ganz gut. Das heißt, das ist ganz wichtig, das noch im Menü dann einzustellen, dass ihr ein Clean HDMI rausgibt. Weil ihr habt auch noch die Alternative eben, dass ihr diesen Monitor einfach nur als vergrößerten Monitor der Kamera benutzen könnt, wo ihr dann auch die ganzen Werte und Histogramme und was weiß ich was alles da noch euch anzeigen lassen könnt. So, welche Werte gibt es dann einzustellen an der Kamera? Ich mache jetzt nur einen kurzen Exkurs, weil Kameraeinstellung ist eigentlich nur mal ein Thema für sich. Aber das Erste wäre die Belichtungszeit. Ihr stellt ja, bevor ihr die Belichtungszeit einstellt, stellt ihr ja erstmal die Auflösung ein und die Framerate. Das bedeutet zum Beispiel Full HD 50 Frames oder 4K 25 Frames, wie auch immer. Wenn ihr diese Einstellung dann getätigt habt, dann gibt die Framerate, die gibt euch dann die Belichtungszeit vor. Und meistens ist es so, dass die Belichtungszeit entweder gleich der Framerate ist, also wenn ihr jetzt zum Beispiel auf 50 Frames pro Sekunde eure Kamera eingestellt habt, dann stellt ihr die Belichtungszeit auf ein Fünfzigstel. Oder, was ihr auch machen könnt, ist auf ein Hundertstel zu stellen. Das ist auch der Wert, der von den meisten Videografen empfohlen wird. Einfach die Belichtungszeit doppelt so groß wie die Framerate einzustellen. Denn manchmal ist es aber auch so, wenn ihr jetzt ein Objektiv habt, das jetzt nicht so lichtstark ist, dass ihr tatsächlich das Licht braucht. Und wenn ihr mit der Belichtungszeit immer höher geht, dann wird das Bild auch dementsprechend dunkler. Sodass ihr dann tatsächlich auf 1 zu 1 geht, auf Framerate ist gleich Belichtungszeit. Wichtig ist auch noch an diesem Punkt, niemals die Belichtungszeit unter die Framerate setzen, weil dann fängt euer Bild komplett an zu ruckeln. Da bekommt ihr keine brauchbaren Ergebnisse. Das zur Belichtungszeit. Also eine Sache noch dazu. Es gibt zu Fälle, wenn ihr besonderes Licht habt, wenn ihr zum Beispiel auf der Bühne mit etwas günstigeren LEDs arbeitet, dass die anfangen zu flackern. Da müsst ihr auch nochmal mit der Belichtungszeit nochmal ein bisschen rumspielen. Es könnte sogar sein, wie zum Beispiel in unserem Fall, dass wir mit 50 Frames arbeiten, aber die Belichtungszeit 1,60 viel, viel besser ist, weil das Flackern dann weniger ist. Also einfach mit ausprobieren, wenn ihr merkt, da flackert irgendwas, mit der Framerate rum experimentieren und mit der Belichtungszeit. Ihr fangt aber erst mit der Belichtungszeit an, weil die Framerate ist eigentlich wichtiger, dass die erst festgesetzt wird. So, das zu diesem Wert. Dann der zweite Wert ist dann die Blende. Und die Blende, ja, da müsst ihr dann entscheiden, wie ihr das macht. Wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Autofokus habt, dann könnt ihr mit der niedrigsten Blende zum Beispiel arbeiten, weil ihr dann diese Unschärfe haben wollt. Da muss halt der Autofokus aber auch ziemlich akkurat sein, dass ihr dann nicht irgendwie pumpt oder dass ihr die Augen nicht richtig oder das Gesicht nicht richtig erkennt und euer Bild dann unscharf wird. So, wenn ihr gar keinen Autofokus habt, dann ist es eher wichtig, die Blende klein zu machen, weil dann wird der Hintergrund oder diese Tiefenschärfe ist dann geringer. Das heißt, ihr müsst dann nicht ständig nachfokussieren und wenn der Sprecher sich dann mal ein bisschen mehr bewegt, dann kann es sein, dass er dann halt in der Schärfe dann noch drin bleibt. Also auch da kommt ganz darauf an, welche Kamera ihr habt. Wir arbeiten einfach ganz gerne mit sehr, sehr niedrigen Blendenwähren, sodass wir schön diese Unschärfe im Hintergrund haben. Im Moment haben wir jetzt hier eine Blende von 2,8. Hier auf der Kamera, mit der ich jetzt gerade gefilmt werde, haben wir eine Blende von 1,4. Da kann man schon sehr, sehr coole Sachen machen. Gerade wenn man auch einen Close-Up macht, wenn man nah an den Sprecher oder an die Sänger herangeht, dann verschwimmt dieser Hintergrund ziemlich schön. So, das zum einen und zum anderen ist die Blende halt auch dafür verantwortlich, dass genügend Licht reinkommt. Das heißt, wenn ihr die Blende runterdreht, bekommt ihr mehr Licht, könnt ihr auch mit dem ISO-Wert ein bisschen runtergehen. Und da sind wir nämlich auch schon direkt beim ISO-Wert. Der ISO-Wert ist quasi so die digitale Verstärkung der Helligkeit. So, das heißt, ihr stellt erst die Belichtungszeit an, dann stellt ihr die Blende ein und als drittes kommt dann erst der ISO-Wert. Und den stellt ihr dann eben so ein, dass ihr nichts überbelichtet und auch nichts unterbelichtet. Überbelichtet könnt ihr in so einem Histogramm schauen, wie das. Da müsst ihr einfach mal ein bisschen googeln, was das Histogramm ist und wie ihr das genau lesen könnt. Darauf achten, dass halt überbelichtet bedeutet, stellenweise sind Dinge ausgebrannt. Das heißt, die Information kommt nicht mehr an. Das wird einfach weiß. Und das könnte sein, dass so irgendwelche Flecken im Gesicht entstehen oder so oder irgendwelche Lampen keine Farbe mehr haben. Müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass ihr damit nicht zu hoch geht. Zu niedrig würde dann wieder bedeuten, dass euer Bild zu dunkel ist, dass das vielleicht dann im Bildmischer oder in der Streaming-Software dann hochgezogen werden muss. Auch nicht schön, wenn man da digital dann am Ende der Kette nochmal hochziehen muss. Da geht es einfach ein bisschen mit rumzuspielen und vielleicht auch nochmal andere Tutorials anzugucken, wie man das dann nochmal genauer einstellen kann. Der nächste wichtige Wert ist dann auch der Weißabgleich. Auch da ist wiederum das von der Situation abhängig, von der Beleuchtungssituation, die ihr habt. Habt ihr zum Beispiel ein Grundlicht. Also Grundlicht bedeutet das Licht, das die Sprecher und die Sänger quasi frontal ausleuchten. Habt ihr da Halogenlicht, also eher wärmeres Licht, dann gilt es, den Cabin-Bereich so anzupassen, dass das Gesicht nicht total gelb ist. Weil standardmäßig neigt es dann immer ein bisschen dazu, leicht gelblich zu werden. Wenn ihr den Wert aber wieder zu weit runter stellt, könnte es auch wieder sein, dass die LEDs im Hintergrund, die dann die Farbe geben, dass die dann total blass werden oder einen Blaustich bekommen. Auch da gilt es wieder, einen guten Kompromiss zu finden. Wenn wir jetzt schon mal bei dem Thema Beleuchtung sind. Wir haben das tatsächlich bei uns so gemacht, dass wir das Grundlicht komplett verändert haben, dass wir auf Weißlicht, also auf Tageslicht, Grundlicht umgestellt haben, sodass wir dementsprechend mit dem Cabin-Wert sehr hoch gehen können. Also sprich 6500K sind wir ungefähr, sodass wir trotzdem eine recht natürliche Hautfarbe haben. Aber die starke Farbe des Hintergrunds der LEDs, der Beleuchtung nicht verlieren. Und das schafft ihr halt meistens mit Weißlicht, wenn Weißlicht quasi frontal draufkommt. Wenn ihr aber jetzt euch nicht noch ein neues Licht anschaffen wollt, gibt es dafür auch tatsächlich Folien, die dieses Grundlicht nochmal in der Farbtemperatur nochmal ein bisschen kühler machen. Ist dann die günstigere Art und Weise, das zu tun. Müsst ihr halt einfach nochmal gucken. CTO-Folien heißen die, also einfach nochmal googeln. Ist auch eine Möglichkeit. Nachdem wir uns jetzt die Kamera nochmal genauer angeschaut haben, geht es noch darum, was ist denn um die Kamera rum. Also nützliche Tools, die euch nochmal ein stabileres Bild und ein schöneres Bild vielleicht auch liefern. Oder wo ihr auch einfach besser sehen könnt, was eigentlich so abgeht. Zum einen, zum ersten ist das Stativ gar nicht so unwichtig. Natürlich gibt es da auch unterschiedliche Preisklassen und ihr könnt da schweineviel Geld dafür ausgeben. Aber was ist bei dem Stativ so wichtig? Es geht nicht einfach nur darum, dass die Kamera gehalten wird, sondern es geht auch darum, dass ihr auch Schwenks machen könnt. Wenn ihr jetzt nicht ein Objektiv nehmt oder die Kamera so positioniert, dass die immer total ist. Sprich, dass die einfach alles zeigt, sodass ihr mit dem Kamera gar nicht mehr euch bewegen müsst. Das ist natürlich recht langweilig. Wenn ihr es ein bisschen interessanter haben wollt, dann müsst ihr euch ein Stativ anschaffen, das einen sogenannten Fluidkopf hat. Das bedeutet, hier ist so eine Spezialflüssigkeit mit eingearbeitet, dass die Schwenks sehr weich sind. Das bedeutet, dass die nicht ruckeln, dass die nicht irgendwie noch hängen bleiben teilweise. Gerade wenn ihr ein Objektiv habt, dass das einen sehr starken Zoom habt. Wenn ihr von weiter weg filmen wollt, dann würde das total ruckeln. Und hier gibt es diverse Preiskategorien. Das ist jetzt tatsächlich ein, wie soll ich sagen, ein Stativ aus zwei unterschiedlichen Herstellern, von zwei unterschiedlichen Herstellern. Einmal von Manfrotto, einmal den Fluidkopf. Ich glaube, das ist das zweitgünstigste Modell, aber funktioniert wunderbar. Ich werde euch übrigens alles Equipment, was wir hier auch zeigen, werde ich euch als Links unten in die Beschreibung noch mit reinsetzen, dass ihr auch direkt seht, was das ist. Und dann nochmal ein anderes Stativ von einem anderen Hersteller, was in der Addition einfach günstiger war. Aber natürlich könnte man auch direkt ein Manfrotto-Stativ zum Beispiel nehmen. Aber das Wichtigste ist halt eben, dass es hier so ein Gelkopf ist, sodass ihr diese Kamerafaden möglichst geschmeidig machen könnt. Das Nächste, was wir jetzt hier in diesem Kameraaufbau haben, was jetzt nicht so super wichtig ist, aber was sehr hilfreich ist, ist nochmal einen zusätzlichen Monitor. Weil diese Displays in den Kameras selbst, die sind doch sehr klein und oftmals kann man da nicht so richtig sehen, ob man richtig fokussiert ist und so weiter und so fort. Da nochmal einen zusätzlichen Monitor zu holen, der hat jetzt knapp 170 Euro gekostet. Also kann man noch verkraften und dann das Bild nochmal in einer größeren Ausführung zu sehen und einfach nochmal ein bisschen gegen zu checken. So, dann haben wir hier noch eine Konstruktion, die haben wir tatsächlich selbst gebaut. Das nennt man ein Tally Light. Das bedeutet ganz einfach, dass dieses Licht, also wir haben hier zwei LEDs und auf der anderen Seite sind nochmal zwei grüne LEDs. Das bedeutet einfach, dass der Sprecher, wenn ihr mehrere Kameras habt, dass er natürlich weiß, welche Kamera gerade live geschaltet ist. Wo muss er denn hinschauen? Oftmals wird das nämlich vernachlässigt und man hat ein Mehr-Kamera-Setup und der Sprecher schaut immer in eine Kamera, obwohl man gerade auf eine andere Kamera draufgeschaltet ist. Wirkt manchmal ein bisschen komisch. Und da haben wir auch lange gesucht und tatsächlich nichts gefunden, was irgendwie halbwegs bezahlbar ist, weil da geht es schon in die professionelle Kameratechnik. Haben wir tatsächlich das selbst gebaut. Ich werde alle Links, die es dazu gibt, werde ich auch in die Beschreibung reinsetzen, sodass ihr das auch, wenn ihr ein bisschen technisch begabt seid, so schwer ist das tatsächlich gar nicht, wenn ihr ein bisschen technisch begabt seid, dann könnt ihr das auch euch nachbauen. Und ich werde euch gleich noch in der Software auch zeigen, wie das auch noch angesteuert wird. So, das ist einfach eine Powerbank, die den Saft liefert. Da ist ein kleines WLAN-Modul drin und die LEDs sind einfach auf diese WLAN-Platine mit aufgelötet und somit kann, wenn ihr in der Software quasi das Bild umschaltet, dann wird die LED dann grün, wenn die jeweilige Kamera aktiv ist. Das war es eigentlich zu diesem Setup. Das ist jetzt quasi so eine einfache Standkamera, womit ihr dann das Bild nachverfolgen könnt. Wir haben noch eine zweite mobile Kamera, um das Bild nochmal ein bisschen dynamischer zu machen, dass man auch ein paar Kamerafahrten auch machen könnte und das schauen wir uns jetzt gleich nochmal an. So, hier sehen wir jetzt das zweite Kamera-Setup, was beweglich, mobil sein soll, dass verschiedene Kamerafahrten machen kann, dass auch mal schneller näher ran kann oder auch schneller in die Totale, also quasi die Zooms durch die Bewegung auch machen kann und einfach, ja, wo das Bild dann nicht so statisch ist. Teilweise sind hier Sachen selbst konstruiert. Ich gehe mal alles der Reihe nach durch. Zum einen haben wir hier den Seingrain 2. Da gibt es mittlerweile auch schon neuere Modelle, aber ja, das funktioniert ganz gut. Das ist einfach ein elektronisch stabilisierter Gimbal. Das bedeutet, dass dieser Gimbal hat diverse Motoren, also drei Achsen und diese Motoren, die haben so hier Sensoren mit drin, sodass diese Gimbal quasi diese ruckeligen Bewegungen, die man eben macht, ja, beim Laufen oder beim sich Bewegen, das gewissermaßen ausgleicht und das Bild dadurch ein bisschen beruhigt, aber halt nicht so beruhigt, dass es irgendwie statisch ist, sondern dass man eben auch noch ein bisschen, ja, ein bisschen Dynamik in diesem ganzen Bild-Setup hat. So, verschiedene Sachen gibt es hier noch zu erklären. Wie gesagt, einmal das Gimbal. Wir haben hier auch an der Stelle, das sei noch mal erwähnt, um die Kamera auf so einen Kameracage noch geholt. Da hat man einfach die Möglichkeit, dann noch mehrere Sachen dran zu schrauben. Die gibt es auch recht günstig für eigentlich fast jede Kamera. Könnt ihr auch mal für eure Kamera schauen. Genau, also Kamera auf das Gimbal montiert. Hier oben ist noch ein Empfänger drauf, den wir tatsächlich für einen Livestream nicht brauchen. Das ist einfach nur für ein Labellier-Mikro, also betrachtet das jetzt mal nicht. Was natürlich dann wichtig ist bei diesem Gimbal ist die Übertragung. Wir hatten in dem ersten Livestream tatsächlich noch ein Kabel da angeschlossen, also ein ultralanges HDMI-Kabel, das irgendwie 20 Meter lang ging oder so. Da haben wir natürlich dann das Problem, dass wir noch einen zweiten Mann brauchen, der dann immer auf das Kabel schaut, dass man nicht über das Kabel drüber stolpert. Und wir hatten auch immer wieder Bildausfälle, warum auch immer, ob das Kabel jetzt nicht richtig gut war oder, naja, wir haben uns dann entschieden, dass wir tatsächlich auch eine Funkstrecke holen. Sprich, das HDMI-Signal, was aus der Kamera rauskommt, wird hier in diesem kleinen Gerät hier quasi konvertiert und geht hier über diese zwei Antennen auf einen Empfänger. Und dieses System funktioniert recht gut und normalerweise sind die auch schweineteuer im Verhältnis. Das System hat jetzt knapp 600, 700 Euro gekostet und kann Full-HD-Signal übertragen. 4K würde dann noch teurer sein, aber wie gesagt, 4K für den Stream, da braucht man auch wieder einen richtig potenten Encoder und so weiter und so fort. Das heißt, Full-HD reicht da vollkommen aus in der Regel. Überträgt uns einfach das Bild wirklich störungsfrei auf den Empfänger, sodass dieses ganze Setup voll mobil ist, ohne irgendwelches Kabelgedöns, wo man drüber stolpern kann. Das heißt, das Kamerabild geht über das HDMI-Kabel erstmal in den Sender rein und wird dann durchgeschliffen von dem Sender zu diesem Monitor. Das ist der gleiche Monitor, den ich euch gerade schon gezeigt habe auf der Standkamera, sodass man auch hier das Bild nochmal auf einer größeren Fläche gegenchecken kann. Hier sind überall noch Akkus mit draufgebaut und auch hier nochmal unsere Tally-Light, die jetzt im Moment auch an ist. Das heißt, sprich, jetzt würde diese Kamera aktiv sein. So, das Ding wiegt mittlerweile auch einiges und wenn man jetzt so ein Goldersdienst durchhält, dann hat man entweder einen dicken Arm oder man muss sich halt eben noch überlegen, wie kann man das Ganze stützen. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Das nennt man, das ist ein sogenanntes Easy-Rig. Also Easy-Rig bedeutet einfach, dass das, was ihr da haltet, dass das ein bisschen einfacher wird. Das ist jetzt quasi die günstigste Variante, die man irgendwie so bekommen kann. Normalerweise ist das eigentlich für eine Steadicam. Eine Steadicam, wenn ihr nicht wisst, was das ist, müsst ihr es nochmal googeln. Hier wird eigentlich normalerweise eine Steadicam draufgesetzt und das ist einfach mit so einer Feder drin an so einer Weste, sodass das ganze Gewicht dann quasi von der Feder aufgehalten wird. Das heißt, die Feder kann man dann in seiner Vorspannung so einstellen, sodass das genau gleich abgestimmt ist wie das Gewicht des Cranes. So, wenn man dann den Crane quasi nicht halten würde, dann würde das Ganze schweben. Ansonsten müsste man es halt immer aus den Armen heraus halten und wie gesagt, anderthalb Stunden lang wird das Ganze dann doch schon anstrengend, weil ich schätze mal, das wiegt so irgendwie 5, 6 Kilogramm. Die Alternative dazu wäre, und das ist das, was man normalerweise in dem professionellen Bereich sieht, es wäre so eine Seilwinde von oben, also eine Weste mit so einem Bügel, so eine Seilwinde und das wird dann in eine Konstruktion, in eine so Rundum-Bügel-Konstruktion eingehängt, wie zum Beispiel bei dem DJI Ronin. Das ist quasi die Gimbal-Version, die professionellere Gimbal-Version von DJI und das wird dann oben eingehängt. Aber da kostet die Weste knapp 1.000 Euro, wenn ihr da irgendwie was Gescheites haben wollt. Das Ding hat jetzt 180 Euro gekostet, wir mussten eigentlich nur noch hier so einen Adapter bauen und ihr seht hier, alles schön mit Gaffer-Tape festgemacht, so wie es sein muss, sodass man dieses Gimbal einfach hier draufstecken kann und einfach wieder runternehmen kann. Genau, das wäre jetzt das mobile Kamera-Setup. Wie gesagt, einfach nochmal, um andere Bilder zu bekommen, ein bisschen dynamischer, ein bisschen Kamera-Faden nachbauen, was man jetzt normalerweise vielleicht mit einem Schienensystem machen würde oder sowas, für halt etwas weniger Geld. Was braucht ihr sonst noch? Ihr braucht ein Gerät oder einen Computer, wie auch immer, einen Bildmischer, wo die ganzen Signale auflaufen und wo das Ganze gemischt wird. Und wenn ihr jetzt euch für eine Software entscheidet, dann braucht ihr eine sogenannte Capture-Card. Und was macht eine Capture-Card? Eine Capture-Card macht nichts anderes, als dass sie das HDMI-Signal, was ihr von der Kamera bekommt, in ein digitales Signal umwandelt. Das ist wie eine Art Interface, dass ihr das in eurer Software verwenden könnt. Welche Capture-Cards könnt ihr dafür verwenden? Da gibt es eine Reihe von Möglichkeiten. Zum Beispiel, was wir jetzt aktuell haben, ist die Blackmagic Decklink-Karte. Das heißt, es ist einfach eine PCI-E-Karte, die wir eingebaut haben, die ein HDMI- und SDI-Eingang hat. Und das Zweite, was wir noch als Capture-Card haben, ist einfach, weil alles andere nicht lieferbar war, eine Elgato HD60 Plus, glaube ich, heißt sie. Also es ist eigentlich für Gaming-Capture gedacht, aber funktioniert eigentlich ganz gut soweit und kostet jetzt auch nicht so viel und hat den Vorteil, dass es eine USB 3.0-Capture-Card ist, sodass man sie nicht einbauen kann und ist man vielleicht ein bisschen flexibler, wie auch immer. Aber wenn ich jetzt quasi nochmal entscheiden würde oder jetzt noch ein bisschen mehr Zeit hätte, würde ich mir vielleicht eine zweite Decklink-Karte holen oder ich würde vielleicht eine vierfach Blackmagic-Decklink-Capture-Karte holen. Über diese Capture-Card bekommt ihr das dann in die Software rein. Und was macht diese Software? Die Software macht nichts anderes, als dass sie quasi der Mittler ist zwischen euren Kameras. Das heißt, ihr könnt entscheiden, welche Kameras gerade live geschaltet werden oder ihr könnt diverse Overlays machen oder Videoeinblendungen, was auch immer. Also da werden quasi alle Eingänge, alle Signale werden da gesammelt und es ist auch euer Link zum Stream. Das bedeutet, die Software encodet das Ganze zum Beispiel für den YouTube-Livestream oder Twitch oder Facebook oder wie auch immer und sorgt dafür, dass der Stream aufgebot wird. Ja, welche Software soll es dann sein? Da gibt es eine Reihe von Software. Es gibt kostenlose Software, es gibt Kaufsoftware. Wir haben tatsächlich mit dem Klassiker, sage ich jetzt mal, angefangen. Wir haben mit OBS angefangen, OBS Studio und haben aber dann doch recht schnell gemerkt, dass das hier und da ein bisschen buggy ist. Es ist ein paar Mal abgestürzt, zum Glück nicht während des Livestreams. Mit dem Audio-Codec haben wir noch ein paar Probleme und es ist einfach in den Möglichkeiten, wenn man doch ein bisschen mehr machen will, sehr begrenzt. Aber es ist kostenlos. Also für einfache Streams, why not? Es funktioniert dafür ganz gut und wie gesagt, man gibt kein Geld dafür aus. Wenn ihr es aber dann doch ein bisschen professioneller haben wollt, dann kann ich euch auf jeden Fall die Software V-Mix ans Herz legen. Diese Software gibt es in verschiedenen Preisstaffelungen von ganz günstig bis 70 Euro oder so ab bis knapp über 1000. Ich habe jetzt die Preisstaffeln nicht alle im Kopf. Ja, wir haben uns für die Variante entschieden, die knapp 700 Euro gekostet hat. Die bietet eigentlich so alles, was wir brauchen an Gimmicks und wo wir einfach flexibel sind, wo wir alles Mögliche anpassen können, so nach unseren Bedürfnissen. Aber es gibt auch so eine Einsteiger-Version, die kostet, glaube ich, knapp 70 Euro und dies für die meisten Fälle auch tut. Ansonsten ist hier an der Stelle noch zu erwähnen, dass diese Software-basierte Videomisch-Funktion sehr, sehr viel Rechenleistung benötigt. Also, wenn ihr euch einen Livestream plant mit mehreren Kameras, mit Full-HD, mit Full-HD-Streaming und so weiter und so fort, dann müsst ihr auf jeden Fall in einen vernünftigen PC investieren. Wir haben jetzt in einen i9 investiert mit 8 Kernen und 16 Threads. Außerdem braucht ihr auch noch eine potente Grafikkarte. Das solltet ihr auch mit einplanen, weil teilweise Dinge dann auch auf die Grafikkarte ausgelagert werden können. Sprich, es können Videomaterial auf der Grafikkarte encoded werden. Das entlastet eure CPU, weil sonst kommt ihr doch relativ schnell an die Grenzen. Wenn jetzt die CPU auch den Stream machen soll und die Kameras und so weiter und so fort, dann wird es sogar bei einer i9 auch recht knapp. Hierbei sei noch unbedingt erwähnt, wenn ihr euch für die Software V-Mix entscheidet, dann muss es gezwungenermaßen, also ich werde es euch definitiv ans Herz legen, eine NVIDIA-Karte sein. Also keine AMD, weil V-Mix AMD Grafikkarten nur sekundär unterstützt und ihr diese ganzen Vorteile von der Grafikkarte, dass quasi diese Grafikkarte noch in Coding-Sachen übernehmen kann, das funktioniert mit einer AMD Raiden zum Beispiel, funktioniert nicht. Das heißt, holt euch auf jeden Fall eine NVIDIA-Karte, am besten eine GeForce und da gibt es ja auch tausend verschiedene Modelle. Da guckt auch mal auf der Homepage einfach nach, welche Grafikkarten da unterstützt werden. Wie gesagt, wir haben die 1660 Plus oder sowas, glaube ich, heißt die. Naja, also so Mittelklasse, glaube ich, 180 Euro kostet die knapp. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir schauen uns jetzt direkt mal die Software an. Ja, hier seht ihr jetzt mal so ein Basic-Setup, wie wir es eingerichtet haben und da seht ihr auch schon beide Kameras, die wir im Moment in Betrieb haben. Sprich, ich kann jetzt zwischen den beiden Kameras hin- und herschalten, also dieser grüne Bereich, den ihr hier seht, das ist das, was auf den Stream geht und hier an der Stelle sei noch mal erwähnt. Ihr seht jetzt diese ganzen Symbole hier. Das hat einfach den Grund, weil diese Kamera nicht auf SD-Karte aufzeichnen kann und Clean HDMI parallel ausgeben kann. Deshalb sind im Moment die Symbole an. Aber das wird dann im Live-Betrieb dann abgeschaltet, weil da müssen wir ja nicht auf SD-Karte aufnehmen. Also, ja, wir haben jetzt verschiedene Eingänge. Wir haben einmal unsere mobile Kamera auf dem Crane, wir haben einmal die Standkamera und wenn ich die jetzt hier so anklicke, dann kann ich die hier in ein Preview-Fenster reinziehen, sodass ich dann schauen kann, was läuft denn gerade auf der Kamera und ich kann dann hier mit Cut eben dann die Kamera auch live schalten oder ich hole mir ein Stream Deck oder mache mir Tastaturkürzel dafür, sodass ich auch da zwischen den Kameras hin- und herschalten kann. Der Stream Deck, den werde ich euch gleich noch mal zeigen, was es damit auf sich hat. Jetzt gehen wir erstmal noch mal die Eingänge durch. Was kommt denn hier so alles rein? Also, einmal die Mobilkamera, einmal die Standkamera, dann haben wir noch mal dieselbe Mobilkamera als Eingang, aber mit einem Greenscreen. Ein Greenscreen ist einfach ein grüner Hintergrund, sodass wir andere Hintergründe dann noch quasi hinter die Moderation platzieren können. Dann haben wir noch ein Setup für Picture-in-Picture, wenn jetzt die Moderation dem Sprecher zum Beispiel übergibt. Und dann geht es weiter. Dann haben wir hier noch diverse virtuelle Kanäle für unsere Tally-Lichter. Da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, weil das doch recht technisch spezifisch ist. Da könnt ihr euch mal selbst noch mal reinwurschteln. So, das gleich hier noch mal. Dann haben wir hier noch mal für unsere WhatsApp-Sachen, die live reinkommen, haben wir hier noch mal einen Hintergrund gebastelt und so weiter und so fort. Hier kommt dann noch der Beamer rein, sprich ProPicenter 7 ist als Eingang hier noch reingelegt. Werde ich euch gleich noch mal zeigen. Hier ist das Bild für den Greenscreen, der Hintergrund. Und wie gesagt, davor kommt dann das Live-Bild, wird dann einfach über diesen Kanal hier, Virtual-Mobil-Chroma noch mit reingeschleust. Dann haben wir noch so ein Bild, dass wenn mal irgendwas mit der Kamera ist, wenn irgendwas ausfällt, dass wir das schnell noch hier reinkatten können, sodass es zumindest noch ein Problem aufgedrehtes Bild gibt und nicht das Bild irgendwie schwarz ist oder wir aktuell das Problem dann live zeigen. Hier haben wir noch einen Input, das ist eine Transition, die kann ich dann mit einer Taste abfeuern. Das ist einfach als Übergänge noch gedacht. Also das ist jetzt unser Basic-Setup. Jetzt gehen wir noch mal ein bisschen in die Details rein. Wie kann sowas aussehen? Wie sind die Inputs dann geschaltet? Dazu muss man einfach Doppelklick draufklicken, dann kommt man in die Einstellungen rein. Ich gehe einfach mal da schnell drüber. Bei Allgemein könnt ihr dann euren Controller auswählen beziehungsweise euer Interface, euer Capture Card hier auswählen, was dann reinkommt. Das wird dann hier automatisch alles soweit eingetragen. Diverse Optionen, was ich jetzt alles nicht genau erklären will aufgrund der Zeit. Ihr könnt die Farbe noch mal anpassen. Hier ist dieser Chroma Key-Bereich für den Greenscreen. Ihr könnt sogar eine Farbkorrektur hier noch machen, also ein bisschen die Farbwerte anpassen. Da kann man coole Sachen damit machen. Ihr könnt die Positionierung noch mal einstellen. Und Multi-View, das benutzen wir auch sehr oft. Ich zeige euch mal an die Stelle, wo wir das benutzen. Und zwar haben wir, Multi-View bedeutet einfach, dass verschiedene Eingänge übereinander gelayert sind. Sprich, das kann man sich vorstellen, wie Folien, die übereinander liegen oder halt auch nebeneinander liegen. Das heißt, sprich, bei dem Picture-in-Picture, was wir eben ja gesehen haben, haben wir links quasi die eine Kamera und rechts die andere Kamera. Und dahinter haben wir dann noch, ich zeige euch das gerade mal an der Stelle, vielleicht ist das gar nicht so schlecht. Also, wir haben einmal in Moderation Greenscreen als Kamera, wir haben einmal die Standkamera, wir haben das Beamer-Bild rübergelayert, falls wir da vom Beamer quasi noch eine Einblendung haben. Und wir haben dann die Transition noch drüber gelayert, die liegt über allem drüber. Das heißt, wenn ich die Transition abfeuere, dann ist die immer an oberster Stelle. So, ich gehe nochmal zurück auf meine Kamera. So, da seht ihr es auch nochmal. Also sprich, das sind verschiedene Folien oder Ebenen, die übereinander liegen, die ihr dadurch aktivieren könnt. Und wir haben das halt eben so gemacht, erst kommt die Kamera als Input, darüber liegt der Beamer. Wenn ich dann irgendwas vom Beamer dann abfeuere, sprich, irgendwie ein Video oder sowas, oder ein Insert, also ein Insert ist so eine Bauchbinde, zum Beispiel, wie der Sprecher heißt, dann wird es einfach da drüber gelayert. Und die Transition eben, die soll nochmal über allem drüber stehen, wenn ich sie abfeuere, dass sie dann das Bild verdeckt und auch den Beamer verdeckt, falls da nochmal was ist. Das ist diese Multi-View, könnt ihr ziemlich coole Sachen mitbasteln. So, die restlichen Sachen, die haben wir nicht im Einsatz, brauchen wir auch für die meisten Sachen nicht. So, dann, genau, Kamera 2 ist gleichermaßen aufgebaut, Moderations-Green-Screen ist quasi über diesen Chroma Key noch mit hier eingebettet. Und was jetzt noch interessant ist, ist der Beamer. Wie holen wir dann jetzt das Beamer-Signal rein? Da gehe ich nochmal hier rein und gucke mal, was haben wir da als Eingang. Und da haben wir einen NDI-Eingang. So, der NDI-Eingang ist quasi, NDI ist ein Netzwerk-Protokoll, was uns recht latenzfrei, also wirklich mit wenig, wenig Verzögerung, ein Videosignal über ein vorhandenes Netzwerk schickt. Wir haben ja jetzt quasi auf diesem Streaming-PC nicht die Beamer-Software installiert. Wir haben das bewusst auch getrennt, zum einen, weil es einfach ressourcentechnisch besser ist, es aufzutrennen, zum anderen, weil es unterschiedliche Betriebssysteme sind, einmal ein Mac-Betriebssystem, einmal ein Windows-Betriebssystem. Und dann war jetzt halt eben die Frage, wie bekommen wir beides zusammen? Und seit der ProPresenter 7-Version, ich zeige euch das gerade mal, ich habe ProPresenter, diesen Computer hier einfach per Fernwartung hier offen, können wir in den Screens auch NDI-Media ausgeben. Das heißt, ihr legt einfach einen neuen Screen an und gebt dann halt NDI als Protokoll an. Das könnt ihr hier machen. 1080p, 60 Bilder pro Sekunde. Und was ganz wichtig ist noch an der Stelle, ist auch, dass ihr hier den Alpha-Key mit anklickt und enabelt. Weil dieser Alpha-Key hat eben den Vorteil, dass ihr zum Beispiel auch Texte einblenden könnt. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mal mir einen Song hier noch reinhole, und jetzt gehe ich zurück zu meinem V-Mix und dann seht ihr, wenn ich jetzt mal das Live-Bild schalte, hier zum Beispiel, dann seht ihr hier unten den Text eingeblendet und wenn ihr den Alpha-Key nicht anhaben würdet, würde alles drumherum schwarz sein. Der Alpha-Key ist ganz einfach gesagt ein zusätzlicher Kanal, der die Transparenz steuert. So könnt ihr dann schöne Fades machen und wenn ich jetzt zum Beispiel den Text hier rauscleare, dann ist der auch wieder weg und alles ist quasi transparent, was vom Beamer kommt. Ich kann jetzt dann zum Beispiel auch einfach mal ein Insert reinjagen. Wo haben wir denn zum Beispiel einen? Ich gucke mal hier die Anmoderation. So, wir haben jetzt hier zum Beispiel ein Insert. Das heißt, hier ist jetzt alles schwarz im Hintergrund, aber eigentlich ist es nicht schwarz, sondern transparent. Jetzt gehe ich wieder zurück und jetzt seht ihr hier zum Beispiel, wie das aussieht, dass dieser Insert dann hier drauf gelagert ist. So, der fliegt jetzt hier gleich wieder raus. So kann das dann funktionieren. Und wie ihr das macht, das gucken wir uns jetzt gerade nochmal an. Also ihr müsst jetzt erstmal im Beamer halt wie gesagt den Screen definieren, der als NDI rausgebt. Und wie ihr das in ProPresenter macht, da müsst ihr euch dann nochmal extra reinfuchsen. Vielleicht mache ich auch irgendwann mal nochmal ein Tutorial darüber, weil das würde jetzt den Rahmen sprengen. Aber wichtig ist, ihr geht aus ProPresenter 7 per NDI raus und geht hier, macht hier einen neuen Input, also Input hinzufügen, und dann könnt ihr dann quasi dann direkt auf More gehen oder ihr macht erstmal einen Blank und zieht euch dann hier auf Ändern, zieht ihr euch dann hier ein NDI rein, also ihr markiert NDI und dann durchsucht ihr das ganze Netzwerk nach NDI-Quellen und das wählt ihr dann aus. Ich könnte zum Beispiel auch, weil der Livestream selbst auch NDI rausgibt, auch sich selbst da noch reinmachen. Aber das wäre jetzt der Beamer, dann einfach auf OK und dann seht ihr auch schon hier, die Transparenz wird hier schon sogar angezeigt und dann habt ihr das Ganze hier schon drin und dann macht ihr das halt einfach per Multi-View oder wie auch immer oder ihr schaltet dann auf den Beamer immer drauf, wenn ich jetzt zum Beispiel hier mal ein Video mache. So, dann kommt jetzt hier das Video vom Beamer und wie ihr jetzt seht, dadurch, dass ich jetzt mit Multi-View gearbeitet habe, wird das jetzt hier komplett überlagert über alle Kameras, egal auf welcher Kamera, hier sieht man es hier oben, wenn ich die Kamera umschalte, egal welche ich umschalte, ist das Video drüber, weil das Video soll immer schön rein- und rausfaden. Das heißt, wenn ich jetzt cleare, dann fadet mir das Video schön raus und in die Kamera rein. Somit kann man Software-Übergänge machen. Das hat diesen Vorteil von dem Multi-View. Natürlich könntet ihr theoretisch alle Videos hier auch in die Streaming-Software reinpacken, aber dann habt ihr wieder das Problem, dass es halt nur in der Streaming-Software drin ist und hier wird es dann irgendwann mal unübersichtlich und dann müssen die Texte aber trotzdem vom Beamer kommen und so weiter und so fort. Und wenn ihr zum Beispiel streamen wollt, während der Gottesdienst auch live läuft, dann ist es sinnvoll, ja sowieso alles von dem ProPresenter Mac kommen zu lassen. Ja, dann sei noch erwähnt, dass wir da auch noch eine Hardware dafür benutzen, der sogenannte Stream Deck in der mittelgroßen Version. Ich hoffe, man sieht es ganz gut. Das ist quasi so ein kleiner Controller, wo man verschiedene Tasten individuell belegen kann und da haben wir dann quasi die einzelnen Kameras drauf oder wir schalten sogar, wir können hier per MIDI-Signale noch rausgeben an ProPresenter 7, wo wir dann Sachen clearen können oder pausieren können oder das Audio clearen können. Super praktisches Tool, was einfach super individuell auch zu belegen gilt und guckt euch das mal an, Stream Deck und dafür gibt es auch eine Software. Wir gucken uns das gerade noch mal ganz kurz an, wie das dann zu bestücken ist und zwar habt ihr dann hier bei dem Stream Deck könnt ihr ein Plugin installieren, dass ihr dann für VMIX dann solche Shortcuts erstellen könnt. Die zieht ihr euch per Track & Drop dann eben rein und wenn ihr die Taste dann habt, müsst ihr in den Einstellungen, ich mache das jetzt einfach ganz kurz, damit es nicht so lang wird, hier in den Einstellungen müsst ihr unter Tastenkürzel könnt ihr dann die Tasten dann belegen, wo ihr dann sagen könnt, was macht die Taste denn eben. Ja, also mit VMIX habt ihr einfach unzählige Möglichkeiten, was wir zum Beispiel noch auch gemacht haben ist, in den Einstellungen kann ich euch das gerade mal kurz zeigen, dass wir hier verschiedene Ausgehen definieren können. Wir haben zum Beispiel noch einmal auf dem Output 2 haben wir noch mal ein NDI-Signal, was wir rausgeben, dass wir dann per WLAN quasi auf ein Handy geben, was das Handy ist dann an der mobilen Kamera mit befestigt, so dass derjenige, der an der mobilen Kamera ist, dass der auch die andere Kamera noch sieht, man kann dann dieses Multi-View-Layout kann man dann auch nochmal selber bestücken, wie man das will und er sieht dann quasi auch seine eigene Kamera nochmal mit den Einblendungen oder wenn der Beamer schon kommt oder er sieht halt auch eben die andere Kamera, so kann man dann auch gucken, dass man vielleicht nicht gegenseitig ins Bild reinläuft und das Ganze über Funk, über auf eine Handy-App, die halt eben NDI kann, also NDI-Monitor gibt es mehrere Apps, die man sich da holen kann. Das heißt, man ist da super flexibel mit dieser Software und kann eigentlich alles sich so zusammenbasteln, wie man das will und was halt noch ein Vorteil ist, dass wir diese Tally-Lights haben, diese kleinen Kameralichter, die wir uns da selber gebaut haben, die funktionieren leider auch nur für V-Mix, für andere Software funktioniert das jetzt nicht, aber das ist halt super kostengünstig, weil ich glaube, wir sind beim Materialwert von, keine Ahnung, pro Tally-Light vielleicht bei 30 Euro oder sowas, wenn man sich die selber bastelt und wenn man ein Tally-Light kaufen würde, das kann man fast nicht bezahlen, obwohl es eigentlich nur ein kleines Lämpchen ist. Schauen wir uns da noch mal kurz die Stream-Einstellung an. So, hier können wir dann das ganze Encoding dann einstellen und wo es dann eben hingehen soll. Bei uns ist jetzt der erste Stream der YouTube-Stream und der zweite Stream ist der Facebook-Stream. Wir gucken uns ganz kurz mal die Encoder-Einstellung an. Die sind nämlich noch recht wichtig. Hier ist es so, dass ihr einmal die Bitrate hier einstellt. Die Werte holt ihr auf jeden Fall euch aus Google heraus, weil wenn ihr zum Beispiel auf YouTube streamt, dann hat YouTube gewisse Vorgaben oder gewisse Empfehlungen, die ihr da einstellen sollt. Wir streamen jetzt tatsächlich auch nicht nur in Full-HD, sondern in 2K. Das hat einfach den Grund, obwohl wir eigentlich nur Full-HD-Material rausgeben, streamen wir in 2K, weil dann YouTube einen besseren Codec hat und somit noch mal ein bisschen schärfer ist. Weil wenn wir in YouTube in Full-HD streamen würden, dann können wir die Bitrate nicht so hoch setzen, beziehungsweise der Codec ist schlechter, es ist unschärfer, als das HD-Material eigentlich ist. Und ja, das ist einfach ein kleiner Trick, den wir uns da bedienen, dass wir in 2K streamen, dadurch wird das Bild besser, auch wenn es nur HD ist. Genau. Wenn euer Computer zu schwach auf der Brust ist, müsst ihr hier quasi bei den All-Code-Einstellungen noch mal ein bisschen rumspielen, dass ihr dann höher geht, dass ihr auf Very Fast, Super Fast, dann wird das Bild ein bisschen schlechter, aber es zieht nicht so viel Leistung. Aber das ist hier, das müsst ihr dann noch mal gegebenenfalls noch mal im Internet noch mal nachschauen, was es mit den ganzen Einstellungen da auf sich hat. Da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Genau. Und dann müsst ihr halt eben den Stream auch immer noch checken, ob er wirklich ruckelt, ob euer Computer das aushält. Wenn ihr dann in den Taskmanage zum Beispiel reingeht, könnt ihr in den Leistung dann schauen, okay, wo liegt dann meine CPU, dass ihr noch ein bisschen Headroom nach oben habt und wo liegt dann auch meine Grafikkarte, dass hier bei Video Decode, dass das auch, sage ich mal, nicht nach oben geht oder auch die 3D-Sachen, dass die auch nicht nach oben geht. Ihr seht auch hier unten, dann würde auch ein Overload-Warning dann kommen, falls ihr keine Ressourcen mehr zur Verfügung habt. Oder wenn irgendwas mit dem Stream ist, dann blinkt das hier auch gelb. Also auch da ist die Software recht gut. Ja, das waren jetzt eine Menge Informationen, aber ja, Streaming ist tatsächlich auch recht komplex. Da muss man doch einige Dinge beachten, sodass man auch einen einigermaßen qualitativ hochwertigen Stream auch rausgeben kann. Ich hoffe, euch hat es irgendwie weitergebracht. Schaut euch doch einfach mal nochmal die Links auch unten in der Beschreibung an, was wir für Material benutzen. Und wenn ihr, also theoretisch, die gleiche Qualität haben wollen würden, dann müsst ihr das einfach nur kaufen und richtig einstellen nach dem Tutorial und dann funktioniert es auch in diesem Sinne. Wünsche ich euch viel Erfolg dabei. Wie immer gilt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, lasst sie doch in den Kommentaren da und abonniert den Kanal für weitere Tutorials-Videos.